Jo Leute, willkommen zurück zu Alien Isolation und Moment Stimmt das Okay Ja, beim letzten Mal sind wir hierher gekommen Diesen schönen Unterschlupf Okay, kein Unterschlupf Diesen kleinen Labor und Da ist wohl jemand gestorben Und beim letzten Mal haben wir Noch dem Diesen Alien getreu Das Alien ist ja über uns Okay Könnt hier kommen Wenn du wieder hier Oder da Ich will nichts riskieren, ne? Ach man Ja Das war so klar Ruhig Jetzt hört sich an wie Ein Monster Oh mein Gott Sein Schuh Er hat seinen Turnschuh fallen gelassen Nein Bestimmt hat er den Turnschuh Dagelassen, weil es einfach nur stinkt Aber Ich will den Ehren Deinen Schuh Äh Deinen Schuh weitertragen Ich weiß zwar nicht, wer du bist Aber ich mach's gerne Okay, kurz Weiterbauen Okay Das hier bitte Und was kann ich hier noch bauen IMP-Mine Und ich kommt jetzt das Alien nicht Rohrbombe Mediket Erstmal eine Rohrbombe Was sehen uns eigentlich Was ist das? Subtan Impfstoff Genau Wenn ich da jetzt drücke Gefällt er Als mich Okay Und wie viel Es gibt vier Lüftungsschächte Faire Sache Puh Okay, jetzt kann ich mir Mediket machen Was? Okay Oh Mein lieber Schuh Oh Das hab ich vergessen Was soll ich machen? Genau Vielen Dank Spiel Das ich jetzt auf einmal Zu der anderen Seite muss Vielen Dank Ich lieb dich auch Spiel Er ist mich bestimmt auch Naja, kannst mich mal Okay, mit der Fall Rohrbombe fehlt noch Und Medikets Da hab ich alles voll Okay, das Alien ist hier Genau hier Ich muss weiter Okay Oh Mann Warte, da war ich doch, oder? Hä, wo? Ach Hä? Hier ist ein Durchgang Wann das denn? Kurz gucken Da ist ein Lüftungsschacht Okay, ist ganz in der Nähe Ich bin mal Übervorsichtig Und da hinten ist Was schönes Ich weiß auch nicht warum Wenn er hier jetzt Ein bisschen mehr als 50 Meter entfernt ist Kann ich es wagen Komm Wer nicht wagt Der nicht gewinnt Ich hab jetzt Ich hab jetzt Ey Rauskommen hören Also ich hab's Rauskommen gehört Und ihr bestimmt auch Ja Ja Da könnte es sein Ich muss nur ein bisschen warten Ach man Das nervt wirklich Hey, was steht da? 38 Ja 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 Selten ist noch lästiger als Slenderman Wo Ja Seltenman musst du schnell benden Und hier bei Alien Isolation Wobei Seltenman hast du sowieso keine Chance So oder so Du bist getötet Wenn du alle ZD1 sammelst Oder wenn du ihn anguckst Sogar Ich mach einfach Ähm Ich muss erstmal wieder Speichern Okay Jetzt mal wieder speichern Oh mein Gott Lautsprecher Lautsprecher Erschreckt mich nicht so Ich glaub es hat mich gesehen Alter Alter Wofür Glück hatte ich denn Oh Gott Noch schlimmer kann man es nicht regeln Oh Shit Bild dich nur nicht um Ja Ich muss irgendwie da raus Ich will nur speichern Lass mich speichern Und wenn sie sich einmal wünscht Dass er Das speichert Nein Nein Achtung Bitte verhalten sie sich Und in den zunächst gelegenen Ausgaben Okay er ist weg Speichern Schnell Ja Achtung Bitte verhalten sie sich ruhig Und gehen sie zum nächst gelegenen Ausgang Alter hatte ich nochmal richtig Glück Äh Ja Großen Glück Jetzt ist er wieder drin Oh ne Aua Mein Es tut einfach Nur ins Gesicht weh Meine Augen brennen Was meinst du Abrufvorgaben ohne Einrichtung Bitte abstellen sie sich ruhig In den zunächst gelegenen Ausgang Nein Nein Was Was Wie Scheiße Zeig der zu mir Alter Oh nein Wenn das Alien jetzt kommt Oh Gott Oh nein Nein Sally ist noch hier Wurde mich Und er ist genau hier Kannst du mich Kannst du mal aufhören Müsste verfolgen Ich meine Wie schwimm ich hier Entkommen doch Nö Ich verfolge mich nur ne Nerven Nervensäge Noch schlimmer geht's nicht Erstmal dachte ich Hey was meint der mit Tut mir leid Jetzt wissen wir es Wir wissen dass ich Falschen Ort gegangen bin Nein Kann ich mal darunter Doch kann ich Er ist irgendwo Oder es Und ich gehe zum falschen Ort Ach komm Mir wird gerade ein bisschen schwindelig Oder übel Ach da ist es Ich bin tot Ach komm Ich hatte auch keine Chance Aber Mann Mann Oh Ich weiß nicht was ich tun soll Gegen ihn Durchrennen gilt nicht Weiter gehen Schlechte Option Verstecken Keine Möglichkeit Unter der Erde Also durch die Schächte Auch schlechte Option Denn Bitte begeben Sie sich zur nächstgelegenen Luftschleuse Und warten Sie auf die Notfallgabe Denn Es ist auch unten Ich habe einen Plan Okay Nichts wie weg Alter Mir wird wirklich gerade schwindelig Oh Haha Wird es einem richtig schlecht Darum mag ich es nicht so In Schiffe und so zu gehen Scheiße Wie Wird es Ergeben Sie sich zur nächstgelegenen Luftschleuse Und warten Sie auf die Notfallgabe Erkündigung Luftschleuse Nummer 4 Eingeländen Luftschleuse Nummer 4 25 Prozess abgeschlossen Wow Oh man Lüftschleuse Nummer 4 Zu 25 Prozess abgeschlossen Wäähää Lüftschleuse Nummer 4 Abgeschlossen Luftschleuse Okay Weg So Köder Höch will ich Haha Köder Trophäe bekommen Und Beilung WTF WTF Eigentlich wird mir nicht mehr schwindelig WTF Okay Nein Bleibt draußen Okay Kann ich schon verstehen Kein Fast kaum Luft Druck Und Ja Ja Tantiesystem ist der schnellste Weg Sich zwischen drei Haupttüren Silvastopol zu bewegen Okay Jetzt töten wir mal Unsere Freunde Denn die haben uns Als Köder gespielt Köder gespielt Und Ich hoffe Das Alien ist jetzt Geschichte Und Ich hoffe Wir haben das Spiel Jetzt Bennett Aber wie ich Ähm Horrorspiele kenne Es ist niemals vorbei Es kommt zurück Das ist genauso wie bei Outlast Es ist Es ist Ja Kann ich das nicht mitnehmen Ach Da sind wir Ein bisschen schwerer Und so Okay Hallo 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 Hört mich jemand Replay Sind Sie das Ja Wait Ich Sie Absolutes Arschloch Sie haben mich Eingeschlossen Sie haben das Labor An den Weltraum gefeuert Ich hatte keine Wahl Überhaupt keine Wahl Sie haben das Ding gesehen Sie haben gesehen Was es anrichten kann Ich musste es von der Station kriegen Ganz egal wie Ja Mit mir als Köder Zum Verrecken Es hat verdammt nochmal funktioniert Replay Es hat funktioniert Ich habe das Ding erwischt Und es in den Gasriesen geschleudert Die Station ist sicher Das zum einen Und zum anderen sind Sie ein Herzloser Schweinehund Ich komme zurück ins Büro Da können wir Ihre Vorgehensweise Genauer besprechen Replay Ende Oh ja Wir kommen jetzt Ähm Keine Lüftungsschächte We did Ein Lüftungsschacht We don't Oh Hallo Hey alles klar bei dir Ich glaube ja nicht Oh mein Gott Noch ist mein Controller nicht grün Speicherpunkt Speicherpunkt Nein Wo bin ich denn Nein Ich habe keine Lust Jetzt den ganzen Scheiß nochmal zu machen Wenn ich sterbe Das wäre Allerhöchste Scheiße Sozusagen Oder allerhöchste Eisenbahn Ach hier bin ich wieder Bitte Hä Wie schlicht die Karte Wie schlicht die Karte Oh Oh Pumpgun Wozu bekomme ich einen Pumpgun Wozu habe ich einen Pumpgun Und am meisten nur vier Schuss Menschen Hoffentlich muss ich Menschen abknallen Wenn nicht Dann Bock auf das Alien Und Ja Leute Das Öffnet mir im nächsten Part Also Leute Seid gespannt drauf Wie es weiter geht Also Leute Bis dann Tschüss Sch Alles Sch Ich Ey